Herzlich Willkommen bei mir auf der Wergeschlant. Heute will ich euch mal mitnehmen zum Gülle fahren auf den Feldern die wir beim letzten mal gedroschen haben. Dafür nehmen wir das schöne Kotte geranfaß und dem schönen Schleppschlauchgestänge Ja sind ja wieder ein paar schöne Mots rausgekommen ab gestern mit diesem Kameraskript Sieht echt schick an Auch bei diesem Standard Schlepper aus dem DRC echt gut gemacht Das ist eine gute Elfkrieg Das ist eine gute Elfkrieg Das ist eine gute Elfkrieg Jäi Die Erst Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe die Videos gefallen noch ein bisschen. Und da hinten ist der Luna am Gange. Wir sind da am Dreschen. Ich bin da am Dreschen. Das ist so cool. Schön, dass wir wieder gegessen haben. Wir müssen alles kaputt anmachen. 2 2 2 3 4 4 4 5 6 8 10 12 12 13 13 15 23 22 22 25 Untertitelung. BR 2018 Strom lassen wir auch noch anholen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Heute wollen wir jetzt nicht mehr das Feld füdern. Soll es nicht mehr das Feld füllen. Soll es nicht mehr das Feld füllen. Ich habe das Feld füllen. Soll es nicht mehr das Feld füllen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020